Hallo Leute und Herzlich Willkommen zurück zu PsyOps und wir gehen mal hier weiter, auf geht's. Oh neue Fähigkeit, yeah! Okay, Mind Brain reaktiviert. Pfff, Apo! Okay, ausschalten halt. Zodom, eh, Zodom. Jetzt steh auf den Birel, dann dritte und dritte den MIND-drain-button, um den Körper zu drinnen. Dritte den Button, die drinnen wird automatisch enden. However, wenn du frühst du frühst, die drinnen wird auf diesem Punkt stoppen. Okay. Auf geht's. Warte mal Leute, ich muss mal kurz was schauen, mal wieder. Gameplay, Maus. Das ist eigentlich alles so wie es war. Okay, bestimmt nur Täuschung von mir. Okay, so let's drain a live target now. You can only drain a person who is unaware of your presence. Sneak up on the enemy from behind until you get close. Then perform the MIND-drain. Aha. Aha. Ja? Gib mir was. Boah. Haha. That's gotta hurt. Haha. Sorry. Let's move on. Ja, lass uns weiter machen. Okay, das find ich gut. Now for something a little tougher. I want you to sneak up behind each of these guards and MIND-drain them until they pop without being detected by either one. Go for it. Okay. Daaaah. Den zweiten, den holen wir uns auch gleich. Ah. Daaaah. Excellent. Next you'll replenish your power, or die. Okay. Ach, da haben wir die Tür. Für diesen letzten Test, ich werde all deine Psy-Energie verletzen, um zu starten. Dann, benutze Mind Drain, um all deine Energie zu verletzen. Alles geht, Nick. Mach alles, was es braucht, um all deine Psy-Energie zurückzukommen. Okay. Äh, use MD. Drift Mind Drain. Okay, ja, don't die, ist klar. Vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen, aber in den Trainings hat man immer nur die Fähigkeit, die gerade geleert wird. Ah, du willst mich kriegen? Hm? Oh shit. Ja, das war die Grendel. Das war die Grendel. Das sollte es jetzt aber gewesen sein, oder? Yes. Denn wir wollen ja jetzt unsere Kameraden irgendwie finden und hoffen, dass wir diese befreien können. Okay, abgeschlossen. Ich geh mal hier. Das sieht gefährlich aus hier unten, da möchte man nicht. So. Dann nutzen wir mal das soeben Gelernte. Wir pushen uns ein bisschen auf, wie Steafox hier ganz gerne sagt. Naja. Naja, da haben wir es ja. Yes. Das finde ich gut. Ich muss immer noch ein bisschen mit der Telekinese das üben. Ich kann das noch nicht so ganz. Oh, Leute. Die Kamera hat sowas vor. Brenn. Brenne. Als wenn es kein Morgen gäbe. Wir endlich noch einen. Was hat der? Nämlich das Assault Rifle jetzt. Also Sturmgewehr auf Deutsch. Aber das müsstet ihr ja wissen. Ist hier was drinne? Nee. Ist hier was drinne? Nee. So. Nee, die haben wir jetzt. Gehen wir mal da rein. Verdammt. Giftgas. 4 5 5 6 Okay, jetzt ist es langsam ein bisschen knapp, ein bisschen nie. Wie will der jetzt nicht? Wie will der jetzt nicht? Ich weiß nicht, was die Steuerung eben hatte. Keine Ahnung. Mal kurz zurückgehen. Okay, weiter geht's. Ach, und bevor wir hier weitermachen, glaube ich, nach diesem Fehlschlag, mache ich hier erstmal Schluss für diesen Part. Ähm, ich bin, äh, ich bin SG und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen Psy Ops. Bis denn, denn.